Wölfe gegen Eiswölfe hieß das Match der Amstettner Eishockeyherren. Hier von rechts nach links spielen gegen die Gäste aus Ternitz. In der 12. Minute fiel das erste Tor für die Hausherren in einer sehr fairen Partie. Erst in der 19. Minute gab es die erste Zeitstrafe. Wir sind einmal nicht so schlecht eingestartet, haben sich aber schwer getan das erste Tor zu schießen. Das ganze Match war ein bisschen zu erfahren. Sie haben doch sehr gut dagegen gehalten, haben auch schnelle junge Spieler. Und das zeigten die Eiswölfe aus Ternitz im zweiten Drittel. Nach einigen Chancen holten sie den Rückstand auf und stellten in der 32. Minute auf 1 zu 1. Doch die Antwort der Amstettner Wölfe ließ nicht lange auf sich warten. Gleich im Anschluss legten die Hausherren wieder auf 2 zu 0 vor. Die Wölfe blicken auf eine perfekte Herbstsaison zurück. Der Wechsel in die niederösterreichische Liga war kein Fehler. Grundsätzlich können wir zufrieden sein, glaube ich. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, sechs Gegentore in fünf Spielen, das ist schon eine passable Leistung. Ich glaube, wir haben jetzt noch gewaltig Luft nach oben. Also es sind die kleinen Details, haben wir noch nicht so sicher, wie wir es noch im Playoff benötigen werden. Aber ich denke, das werden wir noch hinkriegen. Im letzten Drittel konnten die Wölfe dann noch zwei weitere Tore erzielen. In der 42. Minute fiel das 3 zu 1 für Amstetten und erst in der 60. Minute der Treffer zum Endstand von 4 zu 1. Das Erfolgsrezept der Wölfe liegt in der Generationenarbeit. Dass wir eine eingeschworene Truppe sind und jetzt seit 15 Jahren gemeinsam einsteigen. Wir erinnern uns eigentlich blind und wenn einmal wer ausfällt, dann rutscht der Nächste nach. Wir ziehen jetzt die Jungen hinauf, verbessern die Jungen und schauen, dass wir dann für die nächsten 15 Jahre wieder gewerbt sind. Und feiern können alle. Die Jungen und die Erfahrenen. Eine gelungene Herbstsaison. Wir erklären uns, um ihre Körpers zu entlasten. Wir hören uns eine bestimmte Wölfe. Wir haben uns eine bestimmte Wölfe.